Musik Hast du einen guten Ratschlag für die Erwachsenen? Die Eltern sollen nicht so viel am Handy rummachen. Wenn sie Nachrichten bekommen, sollen sie nicht gleich drauf schauen, sondern erst am passenden Moment drauf gucken. Wenn du ein guter Vater oder ein guter Elternteil wirst, solltest du das Handy, wenn du mit deinem Kind etwas unternehmst, immer auslassen. Wenn die Kinder mit ihnen etwas machen wollen, dass sie nicht dann das Handy nehmen. Liebe Erwachsenen, ihr könntet ja auch einfach mal Briefe schreiben und nicht immer Nachrichten. Verzichten, wenn die Kinder etwas mit ihnen machen wollen. Die Zeit mit den Kindern verbringen ist am wichtigsten. Wenn am Wochenende die Kinder keine Schule haben und extra da sind, sollten die lieber auf das Handy verzichten und mal mit ihnen rausgehen oder Spiele spielen mit ihnen. Nicht so viel am Handy oder am Tablet rumfummeln. Wenn sie arbeiten, dass sie immer zwischendurch eine Pause machen, also wenn sie viel arbeiten, weil sonst ist es auch für die Kinder ein bisschen blöd. Liebe Eltern, bitte nicht so viel mit eurem Handy rummachen, sondern mehr mit euren Kindern. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Sinperatur. Danke!